Jo moin, ich nehme mal was hier so vorweg, bevor ich das am Video unten ranhänge und da sowieso keiner mehr zuguckt. Und zwar, wenn wir für Clangefechte fordern, dass es eine minimalistische zwecklinienliche Kommunikation gibt, dann ist das kontraproduktiv, wenn wir das im normalen Spiel so gut wie nie machen. Weil wenn er irgendeiner seine Zitadellen ansagt und ablacht und abfeiert und das dann noch kommentiert, was er gerade getroffen hat oder gerade deletet und das in jedem Detail bei Kleinigkeiten macht, so geil, zwei Torpedotreffer, diese dumme Sau ist gerade ausgefahren. Und Leute, das dann halt sich gegenseitig immer mehr erzählen, weil jeder mithalten will, weil ich habe auch viel Schaden gemacht, ich habe zwei Zitadellen geschossen, scheiß das sind zwei Torpedos oder so und krass, drei Brände, der Typ ist so abgefuckt. Und das wird immer mehr, das wird immer döller, jeder setzt immer einen obendrauf und irgendwann ist das ein Automatismus im Gehirn. Und das dann in Clangefechten zu verlangen, dass das nicht so ist, ist für die Leute anstrengend. Das ist dann auch komisch. Dann braucht man sich auch nicht beschweren, wenn es dann trotzdem mal durchbricht oder so. Vielleicht übt man das schon vorher, damit das Automatismus ist und sich nicht kacke anfühlt und man auch lernt zu kommunizieren, weil alles, was man übt und gelernt hat, kann man später ja auch einfacher reproduzieren, weil da schon Nervenbahnen im Gehirn geschaltet sind und mehr Verknüpfungen, die genau dafür ausgelegt sind, und statt man das vorher mal genau das Gegenteil macht. Weil dann ist, wenn man dann was anderes verlangt, ist das extrem schwierig umzusetzen. Nur so ein Gedanke vorweg und jetzt kommt noch der ganze andere Scheiß hinten dran, also auch so ein bisschen in die Richtung geht, aber natürlich geht es noch um Taktik, aber ich habe jetzt auch genug gesabbelt, das Video ist gerade wieder viel zu lang. Und damit es noch länger wird, klar kann man sich darüber freuen, wenn man was trifft und auch mal ansagen, aber das dann noch zu kommentieren, auszuschmücken und Tischwuchtel, du Opfer und dieser Vollidiot ranhängt und das dann noch bewertet, betont und mit allen möglichen Sachen verblümt und feinzeichnet und noch schattiert und das dann noch rhetorisch so richtig krass darzustellen und wen zu parodieren, dann sind wir irgendwann bei einer Sache, das ist so, ja, das gehört dann in krasse Super-Unicorn-Videos von irgendwelchen Superspielern mit ein paar Memes dazu und dann ist es auch wieder geil, dann ist es unterhaltsam, aber so, Radarreichweite, ist auch schwierig, man muss abwägen, ob man das tut oder ob man einfach sein Radar später im Spiel einbringt. Jetzt hoffe ich, dass die Z da auf der Karte, auf der einen Seite von B, kann man das sehen hier auf der Karte, dass jetzt von meinem Team ein bisschen behakt wird, weil ich werde zum Glück gerade nicht behakt, dass sie halt rausgedrückt wird und ich hier drin bleiben kann. Und der Rest, der wird jetzt gleich auf der Karte zu sehen sein, wie sich die Teams auffächern, um sich zu positionieren und Schusswinkel zu stören und kaputt zu machen und Flanken zu fahren. Da, jetzt bitte drauf achten. Jetzt geht nämlich die Parodie von mir los. Gleich werde ich ein bisschen, ja, den Tenor von manchen YouTubern treffen, nur dass jetzt keine tollen Memes eingeblendet werden. Für alle, die was über Taktik lernen wollen, machen uns am besten jetzt den Ton aus und gucken sich einfach die Erwicklung auf der Karte an und versuchen mal herauszufinden, was uns hier das Genick gebrochen hat. Ich fange jetzt mal mit der Parodie an. Ja geil, die Isumo, die mache ich platt, dieses Opfer. Ja, muss ich nur in Position bringen und dann werde ich die rausnehmen, ganz alleine. Oh, sie hat als Martella schon Angst. Oh, eine Achter, eine Kiew. Diese Pussy weiß gar nicht, wie hier geschieht, die ist immer noch offen. Mensch, wo bleibt mein Team? Was schwuckt das da hinten denn so rum hier? Politisch unkorrekt muss es sein, ist eine Parodie. Na, du kleines Opfer stehst ja immer noch, dich werde ich ficken. Ja, auf die Fressi. Und noch einen, und gib ihn. Boah, der ist gleich sowas von tot. Und noch ein Treffer, und noch ein Treffer, da sitzt er wieder. Und jetzt werde ich so richtig die Isumo abfacken. Was ist mein Team hier da? Alles schwuchteln oder was? Warum fahren die keine Flanke? Die müssen da durchbrechen. Die Isumo ist so gut wie tot. Okay. Okay. Was für eine Pussy ist denn da hinten, hinter B? Der Typ ist jetzt draußen nicht, die ist alleine. Die will nicht pushen. Konkern und Pfander sind zu weich. Und weinerlich. Also, eigentlich beides das gleiche. Wird so elendert. Muss ich alles alleine machen, oder was? Nee, nee, nee. Kann ich nicht arbeiten. Keine Eier in der Hose, oder wie? Das war ein Zitat von Volker Piskas. Ach, Brenne. Nee, brennt noch keiner. Die schieten doch alle. Wo ist das nächste Opfer? Oh, mein Cap ist in Gefahr. Diese feige Sau. Die kohle ich mir. Guckt euch diese Weicheier an. Was schwuchteln die da hinten rum? Keiner hat das aus, ja, also. Keine Eier in der Hose, oder was? Hier, das ist ein Kriegsspiel. Testosteron, geschwängerte Männlichkeit, Attacke. Ein deutscher Chorfest. Immer an die Front, aber nach vorn. Der traut sich wenigstens. Sind die denn alle behindert? Können die das Spiel nicht lesen? Die können sich hier den Anfahrtweg aussuchen. In der Deckung der Insel. Und wenn sie dahinter sind, können sie ihre Brände löschen. Und ich kann sie nicht abfackeln. Pinken die denn nicht mit? Sind die denn alle behindert? So, jetzt fallen mir auch keine Stereotypen-Sprüche mal ein. Ich würde jetzt nur wiederholen. Ich halte das einfach nicht durch. Ich habe ein Bier aufgemacht, aber das hilft auch nicht. Ja, die Benzen kriegt die Yugumo nicht gestört im Spiel, weil da deren Flotte zu dicht dran war und die Yugumo konnte deswegen nicht angegriffen werden. Unser Radar ist nirgendwo da, wo es mal irgendeine Idee stört. Wir haben keine alternativen Schusswinkel. Wie gesagt, die Gegner können die Insel nutzen. Wir haben keine alternativen Torbwinkel. Ich kann sowieso nicht torben. Warum soll ich woanders hinfahren? Ich brauche auch keine Yugumo angreifen, wenn die dicht bei ihrer Flotte agiert und Sarah da sonst wo ist. Ja. Und was lernen wir jetzt da draus? Wenn das Team nicht mitspielt, also ohne Team, ist ein Unterstützungszerstörer halt. Äh, ja was ist da dran? Ein Insel... Inselbegabtes verkrüppelte Schiff oder wat? So, äh, äh, äh. Die auf der Werft haben gesagt, ich hab Flack und Kanonen. Das ist was ganz Tolles. Wissen die anderen nur noch Flieger haben oder sich abfackeln lassen? Jetzt kommt sogar der Z vorbei und meint so, ah komm ich schieße zurück. Baller mich weg, ich will sterben. Ja, wenn einer so höflich fragt und auffordert, dann muss man halt mitmachen. Das ist ja, dann muss man ihnen Gefallen schon tun. Weil da kommt ein Alaska mit Radar, da ist ein Kuhfürst mit Hydro, wat soll ich da? Ich kann nicht. Ich kann kein Cap blocken, also nur bedingt so ein bisschen. Gegnerische Zerstörer gesunken. Außerdem hoffe ich ja noch, dass die Benson jetzt irgendwas Sinnvolles macht. Was erreicht? Oh, sie hatten am Full-Life-Yugumo gefunden und ich bin soweit weg und zu helfen und er ist Half-Life und lässt sich wahrscheinlich gleich rausnehmen. Das ist ja, hm, da hat einer das Spiel nicht gelesen. Aber, sagen wir es mal so, er war stets bemüht. Nein, er ist jetzt ein bisschen abfällig. Äh, ja. Keine Ahnung. Wenn er sich Nebel schmeißt und sich verstecken will, hat die Alaska wahrscheinlich noch Radar in der Reichweite. Aber, die Yugumo, die hat halt hohen Eiferschaden, die würde ich noch so wegnehmen, wenn sie Full-Life ist und er halbtot. Wenn sie ein guter Spieler ist. Jetzt denke ich mir, hier so, ja, sie ist hier so über den Berg. Ich weiß nicht, treffe ich die Alaska schwer. Ja, und da hinten, hier eine Conqueror in der Alsace. Müll gedacht, da ein Taschentuch gegenwerfen. Ja, hätte ich mal hingeschossen. Wie gesagt, wir bieten keine alternativen Wirkungswinkel. Kein Schlachtschiff, kein Torpedo, nichts von verschiedenen Seiten. Die können sich zu uns anwinkeln, wie sie wollen. Wenn ich sogar in Breitseite versuche, wieder rauszudrehen, weil unsere Schiffe so weit weg sind. Aber wenigstens, das kriegen wir bestraft. Da bin ich ja beruhigt. Heißt aber auch ein Umkehrschluss, wenn man nicht gerade eine Friesland fährt. Egal, was für ein Schiff. Wenn es nicht gerade ein Schiff, was auf Support angewiesen ist, ist. Fahrtflanken, stört Angriffswinkel, brecht Formationen auf. Und wenn sie darauf nicht reagieren, macht viel Schaden bei den Leuten. Aber guckt, egal wie undankbar das ist und manchmal vielleicht sogar nicht von Erfolg gekrönt ist. Guckt, dass ihr unbedingt irgendwas macht, außer dumm rumstehen in der dritte Reihe und keinen Druck auszuüben. Und ich bin gerade in einer dummen Situation. Ich kann ja noch nicht mal Druck ausüben. Ich kann abfackeln. Alles, was hier reinkommt. Aber die Alaska lebt noch und hat sich ein bisschen hochgeheilt. Die Roma lebt immer noch. Irgendwie kriegen wird nicht gebacken. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Bestätige. Es ist aber auch ein tolles Replay, um sowas zu zeigen, weil ich gerade das Schiff fahre, was am wenigsten rausreißen kann. Jeder krass gut gefahrene DD könnte, hätte da von der Seite von C aus erstens mal die Slomansk stören können und in B reintoppen. Oder da, wo die Conqueror ist, hätten vorher schon ein paar Schiffe durchfahren und reinfahren können und uns weit auffächern, um verschiedenen Schusswinkel zu bieten. Aber das alles ist nicht passiert und ich habe kein Schiff, was von den beiden bieten kann. Ich kann keine Zitadellen schießen. Ich kann nicht fies toppen. Ich kann nicht mal... Ich kann nicht mal einer Jugumo jagen. Wenn eine Jugumo gut genug spielt, kriege ich die nie. Nebelwand gelingt. Das bringt auch nichts, wenn man auf den Chatverlauf da auf den Feed guckt, dass einer Unterstützer bekommen hat. Das bringt nichts, wenn wir Unterstützer bekommen, wenn wir Schiffe nicht schnell genug rausbekommen. Wenn wir so lange brauchen, dass irgendetwas stirbt. Aber die Alaska lebt zum Beispiel immer noch. Die Roma, die hat Ewigkeiten überlebt. Die bringen, wenn nicht der Gegner hier rum, hat er irgendwie die Breitseite dreht, nicht effektiv genug Schaden an. Weil wir keine Zitadellen schießen oder Viehs in die Seite schießen, weil die können sich anwinkeln. Sowas wie die Alaska, die kurz hinterm Berg zugegangen ist. Die können sich... Die können sich das aussuchen, wie sie wann wo spielen und sich wieder hochheilen. Die spielen uns einfach aus.